Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten Intel Motherboards 2021 vorstellen hätte. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir das Intel LGA 1151-ASUS Prime Z390-P-ATX-Motherboard gewählt. Das Intel LGA 1151-ASUS Prime Z390-P-ATX-Motherboard verfügt von Anfang an über die T-Topology genannte Technologie, die für synchronisierte Signalwege sorgt. Dies hat den Vorteil, dass die Übertaktungsfähigkeit der Karte deutlich erhöht wird, ebenso wie die Möglichkeiten der Parametereinstellungen des Speichers. Darüber hinaus merken wir auf dieser Karte den External Quiet Mode. Dieser hat die Aufgabe, die Geschwindigkeit der Lüfter standardmäßig weit unter das Minimum zu reduzieren. So können Sie extreme Stille genießen, wenn Sie leichte Aufgaben erledigen. Darüber hinaus kann sich das Netzteil des ASUS Prime je nach Anzahl der Phasen selbst anpassen und optimieren. Dies ermöglicht der Intel-CPU eine bessere Energieeffizienz. Darüber hinaus kann die Schnittstelle dieser Karte Übertragungen bis zu 32 BBS zulassen. Dies durch vier PCI-Express 3.0-2.0-Lanes. So wird Ihr Betriebssystem auf alle Ihre Daten mit unglaublicher Geschwindigkeit zugreifen. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren wollen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos, denn dort stehen Ihnen alle anklickbaren Links zur Verfügung. Auf dem dritten Platz haben wir das Intel Z490-LGA-1200-ATX-Motherboard gewählt. Wir finden in diesem Intel-Motherboard drei M.2-Steckplätze. Unter ihnen gibt es zwei, die die Standards SATA und PCIe 3.0x4-Modus ermöglichen. Während der dritte den PCIe 3.0x4-Standard für die NVMe-Spezifikation unterstützt. Damit verfügt das ROG Strix Z490E über eine sehr schnelle und flexible M.2-Schnittstelle. Bezüglich des Netzwerks erlaubt dieses Intel-Mainboard zum einen den Wi-Fi 6 802.22 AX-Standard. Dadurch profitieren Sie von einer verbesserten Netzwerkkapazität, super schnellen Netzwerkgeschwindigkeit und auch einer optimalen Leistung in ziemlich dichten Wi-Fi-Räumen. Zum anderen ist in dieser Komponente für den PC ein 2,5G-Ethernet-Anschluss von Intel integriert. Dies steigert Ihre Kabelverbindung erheblich. So bietet Sie eine Leistung, die 2,5 Mal höher sein kann als bei Standard-Ethernet-Verwendungen. Schließlich ist das ROG AL Overclocking dieses LGA1200ATX ein intelligentes Element, mit dem Sie das Potenzial Ihres Systems voll ausschöpfen werden. Und das alles, während Sie automatische Profile Ihres Prozessors erstellen. Auf Platz 2 haben wir das Gigabyte B365M DS3H Intel-Micro-ATX-Mainboard gewählt. In dieser zweiten Position haben wir ein Modell, das auf dem Weg ist, das beste Intel 2021-Mainboard zu werden. Den leistungsstärksten Prozessor auf dem Markt, Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3. Und erhalten Sie die Maschine Ihrer Träume. Wenn Sie dieses Gigabyte B365 Motherboard mit einer PCI Express 3.0 16-mal Grafikkarte ausstatten, erhalten Sie eine hochwertige integrierte Grafik und Leistung. Im Ergebnis erhalten Sie einen maßgeschneiderten PC mit außergewöhnlicher Leistung. Das B365M DS3H verfügt über Anschlüsse für LED-Streifen. So haben Sie die Möglichkeit, Ihren PC noch mitzupersonalisieren. Darüber hinaus verfügt er über eine RGB-Fusion-App und eine intuitive und komfortable Benutzerüberfläche. Darüber hinaus verfügt er über eine RGB-Fusion-App und eine intuitive und komfortable Benutzerüberfläche. Damit haben Sie eine perfekte Kontrolle über den Stil Ihres Computers. Darüber hinaus verfügt er über sieben Farben, die das Innere Ihres Rechners beleuchten. Das bietet mehr Möglichkeiten der Einstellungen nach Ihren Wünschen. Und ich erinnere Sie daran, dass um die besten Rabatte zu bekommen, die wir für Sie im Internet gefunden haben, klicken Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos. Auf dem ersten Platz haben wir das Intel Zocke LGA 1151 GB C390 Gaming X Mainboard gewählt. Es wurde festgestellt, dass der Intel Z390 Express Chipsatz dieses Motherboards das Beste aus dem Intel Core Prozessor der 9. Generation herausholt. Darüber hinaus verfügt es über einen großen Systembus, der die Verwaltung von Informationen und Daten für außergewöhnliche Effizienz und Reaktionsfähigkeit ermöglicht. Wenn dieser Intel Zocke LGA 1151 mit einer SSD-Einheit kombiniert wird, ist das Ergebnis außerdem eine Beschleunigung des Maschinenstarts und des Starts von Anwendungen. Darüber hinaus ist eine Steigerung der Leistung des PCs zu beobachten. Dieses Motherboard bietet zwei PCI-Express 16x Ports mit einem Verstärker, die mit Crossfire kompatibel sind. So können Sie die Multi-GPU-Konfiguration Ihrer Träume aufbauen. Wir bemerken auch das Vorhandensein eines ultrastarken Intel i219V-Controllers. Dieser garantiert Ihnen minimale Latenz beim Spielen im Internet. Um abzuschließen, Sie können dieses Gigabyte an alle Ihre Geräte anschließen. In der Tat hat es fünf externe USB 3.0-Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss, ein USB 3.1-Typ-A-Anschluss, Ethernet-Konnektivität und zwei USB 2.0-Anschlüsse. Ethernet-Konnektivität und zwei USB 2.0-Anschlüsse. Nun lade ich Sie ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um die vollständigsten technischen Eigenschaften zu erhalten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben. Wenn Ihnen dieses Video bei Ihrer Wahl geholfen hat, dann lassen Sie doch ein Like da. Es tut uns wirklich gut und abonnieren Sie den Top Tech-Kanal, um über weitere Videos informiert zu bleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es war Top Tech. Ciao, ciao.